Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wulong Fallen Dynasty. Wir sind heute zusammengekommen, um Luwu gegenüber zu treten. Doch bevor dies geschieht, müssen wir leider noch einmal uns ins Kampfgetümmel stürzen, denn ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich mehrmals haarscharf viel zu krass getroffen werde. Okay, das war gut. Alles klar, wir gehen direkt rum. Das hat ja funktioniert jetzt. Ich will nur noch mal schnell gucken, weil wir haben echt viel Ki. Das ist mir eigentlich schon ein bisschen zu viel. Wie viel haben wir auf Tasche? 10.000. Da haben wir 100.000, 130.000. 130.000. Dann wären wir bei 750.000. Bei 750.000 knapp. 750.000. 70.000 bräuchte man noch. 750.000. 6.000 mal 9 sind 54.000. 84.000. Es könnte sein, dass wir es hinkriegen. So war das eigentlich nicht gedacht, aber wir haben zu viel für ihn hier. Verdammt, das war viel zu viel, was ich jetzt genommen habe. Mist, ich habe nicht aufgepasst, ich hätte richtig rechnen sollen. Im letzten Mal habe ich schön gerechnet. Oh, Kacke. Toll, das wären wir 12.000 von dir. Super. Seid ihr zwei bereit? Xiao, Hu, Yuan und Hongxing? Ich hoffe, du bist bereit, deinem Bruder gegenüber zu treten. Ich sitze irgendwie falsch. Okay. Wir probieren es erst mal so, wie wir sind. Wenn es nicht funktionieren sollte, mache ich mir kurz Gedanken, gucke meine Ausrüstung an und dann wird sich vermutlich sowieso nichts ändern. Wissen noch. Wenn du um so krank betrachtst, Tibetan- gegründetst werden will ich nicht nutzen. Wissen, bitte? Wir sind spätigungen. Nicht so, ich bin live. Ich muss noch einmal beurteilen, um alles zu verabschieden. Knoom. Oh, er ist einfach zum Zinter. Zentaurus. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, da muss ich erst wieder reinkommen. Das ist nicht gut. Jeder macht zwei. Oh! Oh! It's so dangerous to me. Let me go. I can't do it. I can't do it. I can't do it. You're dead. You're dead. You're dead. Where did you go? Where did you go? Okay. Oh! 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 Nein! Oh, Dreck, das wird schrecklich. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. So, dann gehen wir mal los hier. 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 Ich will ihn doch durchs Feuer locken. So, dann gehen wir mal los hier. So, dann gehen wir mal los hier. So, dann gehen wir mal los hier. einen eigenen Kampf, oder was? Hä? War hier nicht sonst mal nach oben? Tut euch nicht weh, Leute. Ich brauche euch noch. Oh, die tun sich aber sowas schon nicht. Oh, bin runtergefallen. Oh nein, der DNA ist runtergekommen. Nee, Hong-Ging. Oh, Mann, ey. Kein gutes Personal mehr. Jetzt machen wir das ja nicht mal kaputt. Ja. Ich wollte eigentlich nach der Folge hier Schluss machen mit der Aufnahme. Also mache ich auch, aber ich hätte jetzt schon halt gern noch den Dubu irgendwie niedergeknüppelt. Aber die beiden machen nicht unbedingt mit. Bei meinem Plan. Gut, jetzt mache ich auch gerade nicht bei unserem Plan. Da steht ja echt dahinter, dass man ihn schön nicht abschmeißen kann. wird nicht geflohen. Aber ihr habt gesehen, Dubu hat das Zeug selbst getrunken, also freiwillig getrunken. Wahrscheinlich wollte er es trinken, um den Daoisten irgendwie... Weil eventuell hat er ja gute Absichten, was jetzt ein bisschen in die falsche Richtung geht. Kann der jetzt mal bitte hierher kommen? Ein Zentaurus ist das doch, oder? Oder ist das ein Minotaurus? Nein, Minotaurus ist das. Ein Zentaurus ist was anderes. Nein, Minotaurus ist auf zwei Beinen. Ein Zentaur. Hier sterben anscheinend die Leute sehr stark. Weil hier immer diese Dinger dastehen. Was soll denn das jetzt? Okay, der andere weiß noch nicht Bescheid. Aber der Mister weiß schon Bescheid. Okay, Hongjing, du fehlst noch. Aber sie sterben immer in ihm. Aber sie sterben immer in ihm. Auffällig. Was wäre denn? Wäre er hier, oder was? Dann gehen wir mal nochmal unserem Brüderchen einen Besuch abstatten. Ich gucke gerade nochmal schnell. Haben wir hier alles? Ja. Wenn wir das geschafft haben sollten, müssen wir leider das machen. Und das. Ach, das mit dem Donnergott, das war doch nur diese Wildsau, oder? Wir wollen natürlich hierbleiben, das ist ja wohl klar. Der hat ein bisschen von meinem Kie und jetzt kriegt er noch mehr. Oh. Oh. Ich bin ein Wunderschön. Ich bin ein Wunderschön. Oh, ich bin der Herr Tatten. Ach, der schießt die zurück. Jetzt verstehe ich's. Ja, äh. Oh! Oh, er ist ein Hongkong. Oh, man! Ja, super. Oh, das kieszyn. Wen holen wir uns? Der hat Markierungsflaggen gespürt. Ach, deswegen haben wir das gesehen, das eine Mal. Ich wollte doch den anderen mitnehmen. Das ist aber nicht der hier gewesen. Der hier, den wollte ich mal mitnehmen. Zhang Liao. Ja, der ist jetzt mit den Federn. Komm, wir können ja mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir mit 20 da reingehen, okay? Aber mein Schutzgeister, meine Gottbeste, ist auch nicht aufgeladen. Wir gucken mal, was passiert. Er ist halt 25, 5 Unterschied, da müsste er eigentlich schon rot sein, glaube ich. Wir gucken mal. Ich mag es ehrlich, Stimme. Das fing mir super an. Ich habe noch nicht mehr, ich kann noch weitergehen. Ich habe noch nicht mehr, ich kann noch weitergehen. Okay, wir sind bald mit ihm alleine. Jetzt. Du hast dir gerade deine Schwester untergebracht. Hallo? Und gleich einfach nur mich. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich habe meine Reaktion für heute verbraucht. Ja, ich glaube, das wird wohl nichts mehr. Ja, das ist mega gut. Wir holen uns noch schnell jemanden. Mit ihm sind wir eigentlich ganz gut gefahren, oder? Fernkamen angerichtet haben mit 5,2. Sunjian ist eigentlich ganz gut. Ja, so sieht es aus. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag. Bleibt gesund und wir gucken mal, wie das hier so weitergeht. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.